Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim in Hübsch. Mit diesem komischen Teil da und dem Kessel und meinem glitzernden Bogen. Und ich würde sagen, wir trauen uns tiefer. Die Welt des Schreckens hervor. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Dass ich den jetzt nicht getroffen habe auf dieser kurzen Entfernung. Ich wäre fast drauf gegangen deswegen. Das kann doch nicht. Mondsteinerz. Boah, geil, was man hier alles findet. Ja, würde ich sagen, direkt mal abbauen. Mondsteinerz, sehr begehrt. Kann man nicht verachten. Genauso wie diesen Scheiß. Eibeutel. Wieso steht da Eibeutel? Oh, ein Nordfall. Und noch ein Nordfall. Gut, das sind die, die ich verschossen habe. Ja, kriege ich den. Wow. Die scheiße böse die Viecher sind. Hallo? Hört auf mich zu piksen. Sonst pikse ich zurück. Und das zu piksen ist nicht das piksen, was ihr macht. Ja? Das piksen ist weitaus schlimmer. So. Die habe ich doch beide hier getötet. Oh nett. Boah. Ja. Ich habe mich gerade erschrocken. In der Zwischenzeit kann ich ja mal ein Foto machen von meinem Ambilight. Sieht zwar gar nicht so toll aus, aber egal. Ne. Schade. Sieht nicht so toll aus. Egal. Wir machen weiter. So. Hier oben haben wir nichts mehr. Lecker Knochen. Was die haben die hier für tun? Ein Vogelnest. Ein Drossel-Ei. Ja, okay. Lassen wir das Vogelnest da. Da ist der tote Fall mal. Ne. Eiterbollen muss ich jetzt nicht mitnehmen. Ich weiß, was es hier noch so gibt. Ich weiß es ja selber nicht. Ich war ja noch nie hier. Wissenschaftler der Synode. Nichts. Das ist nicht sehr gut gewesen. Oh ja. Mein Herz hat geklappt. Nein. Es hat nicht ganz geklappt. Ach ja, stimmt. Ich kann ja noch ein Level aufsteigen. Schwer. Ein rauer Wüste. Und ein bisschen Erz. Ein Seelenstein. Gut, jetzt müsste ich ein bisschen lastlos werden. Kann ich mal gucken. Zwergenbogen. Äh. Bin ich hier vielleicht irgendwas, weil ich zu viel mit habe? Nein. Gifte habe ich auch jede Menge, aber nicht zu viele. Essen. Von kann man auch nicht zu viel haben. Auch nicht. Haben kein Gewicht. So, jetzt. Drachenknochen. Ach ja. Niederstreifen. Quecks rüber Erz. Ein mächtiger Seelenstein. Schön. Äh. Lexikonwürfel. Okay. Drachenknochen. Drachenknochen. Eine Holzschale da. Ein Güsseiserner Topf. Das kann schon mal weg. Und das kann auch weg. Anpassungssphäre. Und so ein überrestiger Schettin-Panzer kann auch weg. So, es ist immer schön, wie viel in so einem Typen da reinpasst. Totenschädel. Hä? Braucht man nicht. Aber Schimmerpilze kann man ganz bestimmt brauchen. So. Oh oh. Ein bisschen Schiff da. Ha. Ist das nackte Haut? Gut. Okay. Und die Typen, diese Feimer, sind mir überhaupt nicht geheuer. Ich hasse die. Nur so 10 vor. Ich mag sie nicht. Ich will sagen, die speichern wir nochmal. Oh. Oh, hier geht's. Fast? Okay. Ah ja, und, ähm, unbedingt, genau, hallo, genau, in meine neue Stufe. Ich würde sagen, äh, ich steck noch was in Gesundheit rein. Das ist so der Punkt, den ich noch brauche. Diese Fertigkeitsverzauberungen sind wirkliche Feuerverzauberung auf Waffen, nein, Steine erhalten, zusätzliche HGK zum Aufladen, hm, 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 schwere Rüstung, nein, Blocken, nein, einhändig, Schießkunst, was haben wir denn da? Hm, kann es doppelt so viele Teile, ok. kann es mit schussbereiten Bogen schneller laufen. Das ist auch gar nicht so schlecht, aber ich finde, das ist noch nicht das Richtige. Schloss knacken wäre vielleicht eine gute Alternative. Geräusch von Rüstung für weniger Prozent. Reuschen Klinge 15-fache des Normalschadens, ja natürlich. Stille und Ach ja, Heimlichkeit Schloss knacken ist auf jeden Fall was, aber Redekunst Ja, es gibt so viel Scheiß, den man machen kann. 20% wirkt zwar mal. Ja, komm Machen wir was in Redekunst, ja? Ja, genau. Es ist Level 50, okay. Also, das nächste Mal machen wir dann Händler und dann können wir jeden Gegenstand überall verkaufen. Das ist ja super. So. Wir gehen weiter durch diese schlimme Höhle, die ich hasse, obwohl ich mir ein paar Schimmerpilze mitnehmen kann. Ja, Schimmerpilze. Und noch ein paar Schimmerpilze. Au, au. Das hört sich gar nicht gut an. Nein, da ist ja auch noch einer, der nicht gut ist. Wow. Der hat getroffen. Sogar sehr gut. Gold, 26, gut. Was ist denn hier drin? Da sieht man hier irgendwas. Ach, Natur. Ja. Super. Habe ich aber kein, keine Möglichkeiten für Lauf ich eigentlich immer den gleichen Weg entlang? Nein. Oh, ich bin relativ nah schon dran. Das ist doch schon mal recht genial. Recht. Oh, oh. Da ist der Nächste. Na? Ach ne, der kommt wieder zurück. Ja, dann lauf. Komm. Ho, 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 ho. Perfektomato. Guck mal, was wir hier haben. Hm, kein Trank der Ausdauer. Ich kann die Truhe nicht öffnen. Mami, ich kann die Truhe nicht öffnen. Und die bösen Dinger haben gar keinen Schlüssel dabei. Es ist doch alles scheiße. Ja, das ist es. Eine Schaufel. Wer zum Himmel braucht eine Schaufel. Nur so zum Himmel. Wir brauchen eine Schaufel. Oh, ich würde sagen, wir sind fast am Ziel. Ja, wir sind am Ziel. Den Leuten kann man nicht unter den Rock gucken. Belebt schwache Untoten. Wieder lässt sie 50, 60 Sekunden lang für dich kämpfen. Ja. Wieso nicht? Erstmal speichern. Dann würde ich sagen, können wir reingehen. Na, gibt es hier schon irgendwas? Oh ja. Ja, die beste Kameraeinstellung, die es je gab. Ha. Der sieht gut aus. Ah. Mann, wieso kriege ich meine Pfeile daraus nicht wieder? Naja, hat zumindest ein bisschen Pfeile dabei und ein paar Ohren. Dass die Typen immer Ohren dabei haben. Schneiden die sich gegenseitig ab und stecken die sich in die Tasche oder was? Ich möchte eigentlich das nicht so genau wissen, aber warum macht man so was? Okay. Gar nicht gut. Versteckt. Oh, der sieht mich. Oder auch nicht. Oh, der Bogen ist geil. Ja. Das ist mal ein Bogen. Ein Vulkan-Glasbogen. Das sieht gar nicht gut aus. Na, was hast du hier für Sachen? Ich glaube, ich brauche auch keine Ohren mehr. Aber ein paar Pfeile. Fokus-Kristall. Okay. Ah, ein bisschen Eisenerz. Alles schön und gut. So, ich würde sagen, hier speichern wir nochmal. Und laufen dann direkt hier oben weiter. Wir wollen ja irgendwann mal fertig sein, ne? Mit diesem... Ah. Schlüssel erforderlich. Ja, ja, ja. Natürlich ist ein Schlüssel erforderlich. Gold. Ein bisschen Lachs. Ein Drossel-Ei. Okay. Aufschließen. Meister. Wird natürlich auch nicht. Da oben ist natürlich auch nichts. Hier ist auch nichts. Dann ist der einzige Weg nur noch. Der hier. Hm. Öffnen. Okay. Das hört sich nicht mehr so gut an wie vorher. hier. Nein, nein, nein. Und noch eine Tür. Boah, ich habe hier Anspannung bis zum Geht nicht mehr. Und... Der will einfach nichts kommen. Das gibt es doch nicht. Wo bin ich denn jetzt? Das sind schon wie hier so fein, man hier geht eng. Boah, ich krieg die Krise. Wow. Hallo. Böser. Zwergen. Wächter. Fär. Natürlich. Natürlich bin ich jetzt tot. Warum denn auch nicht? Hm? Warum sollte man auch nicht gegen so einen Typen kämpfen und dann verlieren? Das ist denn der Sinn an dieses Spiels. So. Du hast das bisschen Gold. Du hast da ein bisschen Gold. So, komisches Zeug. Ich werde speichern. Und dann werde ich das... Mal probieren. Und dann... Oha, ha, ha. Eins war vier. Super. Und, ähm... Ja, damit bin ich für heute durch. Würde ich einfach mal sagen. Ja. Und... Ich durchsuche diesen Raum dann nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ich zeige. pagar.